Hallo und herzlich willkommen auf meiner YouTube-Seite GreatTips, CrazyClips. Ich wollte heute eigentlich mal euch beweisen, dass es eigentlich total einfach ist oder super einfach ist, einfach mal viele, viele Klicks zu bekommen. Ich habe mir das Ganze ausgedacht, ich habe viel recherchiert und habe viel auf YouTube geschaut, viel auf Google geschaut und dort konnte mir so richtig keiner helfen. Es gibt zwar einige Leute, die wirklich, wirklich gute Tipps haben und Videos machen, aber ich habe mir wirklich den ultimativen, guten Trick ausgedacht, wie man wirklich, wirklich viele Klicks bekommt und vielleicht auch ein paar Abonnenten, das kann ich euch noch nicht so genau sagen, ich hoffe es ja. Ja, schauen wir mal. Und jetzt zu den ganzen Tricks. Also ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie es funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe mit den ganzen Klicks. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann macht mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Ich glaube hier unten, da müsste es jetzt stehen, hier, das ist so ein Wasserzeichen. Da könnt ihr mich abonnieren. Schaut vielleicht auch mal meine anderen Videos an, hier oben, da in der Infoleiste sollte eventuell was auftauchen. Und ansonsten kann ich euch am Ende des Videos hier oder hier noch ein paar Videos vorstellen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal, GreatTrips, CrazyClips. Ich wollte mich mal vorstellen, hallo, mein Name ist Dirk. Ja, und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, einen Kanal zu gründen, meinen ersten. Wie der Name schon sagt, GreatTrips. Auf jeden Fall soll es nicht so ein Kanal sein, der sich nur auf eine Sache fixiert. Ja, ich möchte ein bisschen mehr zeigen. Ich möchte einfach ein bisschen mehr von mir und meiner Umgebung zeigen und daran teilhaben lassen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich möchte zeigen, wie es in der Realität aussieht. CrazyClips, soll heißen, dass auch ein paar lustige Sachen dabei sind. Vielleicht ein bisschen doofe Sachen, vielleicht gefällt es euch. Ich würde es mir wünschen. Abonniert mich auf jeden Fall. Abonniert mich. Sollten euch meine Videos gefallen, einen Daumen hoch. Was kann man noch verändern? Was kann man besser machen? Und da habe ich mir ganz einfach das ausgedacht. Schaut mir einfach zu. Baut euch eine Kamera auf und macht es am besten einfach mal nach. Ja. Okay, jetzt der Trick. Geht tief in euch. Achtet darauf, was ich jetzt mache. Und, ähm... Ja, den Rest erkläre ich euch am Ende. Ja. Okay, tief in euch gehen. Es ist nämlich auch wichtig, dass man bei YouTube eigentlich eine lange Zeit, eine lange Frequenz hat. Natürlich auch so ein bisschen das Ganze aufbauen. Ja. Schaut weiter hin. Und dann seht ihr, wie ich das mache. Okay. Jetzt schaut hin. Seht ihr übrigens, was die Sonne scheint? Merkt ihr es schon ein bisschen? Also ich bemerke das schon. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ihr jetzt in zwei Stunden nochmal auf diesen Kanal schaltet, werdet ihr sehen, es sind um einiges mehr Klicks. Ja. Ähm... Jetzt. Ich fühle es. Ich fühle es. Da. Da sind die Klicks. Habt ihr gemerkt, wie einfach das war? Ja. Na, dann probiert das am besten auch mal aus. Nehmt euch eine Kamera, so wie ich. Ich kann euch unten in der Beschreibung auch nochmal zeigen, was für eine Kamera ich verwende. Das ist jetzt nichts Hightech-mäßiges. Das ist eigentlich meine ganz normale Urlaubskamera. Ähm, ich habe noch eine zweite Kamera, die ich immer verwende. Die kann ich euch auch in den Link beschreiben. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Ja, ich versuche das jetzt demnächst immer in meine Beschreibung noch mit reinzubringen. Vielen Dank fürs Hinschauen. Klickt am besten noch dieses Video, dieses Video und am besten noch meinen Kanal mit an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaut in zwei Stunden oder vielleicht in zwei Tagen nochmal rein. Und dann werdet ihr sehen, ich habe um einiges mehr Klicks. Ja, viel Spaß und euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Bye.